Und hier unser Abendprogramm im schriftlichen Überblick. Und gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, noch einen kurzen Hinweis. Bedingt durch die derzeitigen Witterungsverhältnisse entstehen im Bereich Niedersachsen zeitweise Bildstörungen. Unterhaltung im ZDF, verehrte Zuschauer. Das heißt an diesem Abend um 19.30 Uhr die Fortsetzung der Schwarzwaldklinik. Und für morgen Abend um 19.30 Uhr heißt das Melodien für Millionen. Musikalische Erinnerungen unserer Zuschauer, vorgestellt von Dieter Thomas Heck. Die Vorbesprechungen sind in vollem Gange. Das wäre natürlich. Natürlich, logisch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, morgen Abend um 19.30 Uhr. Da gehen hier die Lichter an. Da heißt es wieder einmal Melodien für Millionen. Da wird morgen ab das Orchester von Paul Kuhn sitzen. Da steht er gerade und erhält sich mit den Ute-Mann-Singers. Karel Gott wird dabei sein. Freddy Quim, Dalida, Cindy und Bert, Peter Rubin, Helga Feddersen und Benno Hoffmann und vieles mehr. Morgen Abend 19.30 Uhr. Heißt sich natürlich in Ihrem Programm Melodien für Millionen, Melodien für Sie. Morgen Abend um 19.30 Uhr. Also stellt Ihnen Dieter Thomas Heck Melodien für Millionen vor. Das Wortspiel sei erlaubt. Fast 25 Millionen Zuschauer haben gestern Abend die Premiere unserer neuen Serie Die Schwarzwaldklinik miterlebt. Fortsetzung folgt. Und dazu wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Fortsetzung folgt.